Eine Zweitmeinung ist ein unabhängiges Gutachten einer Erkrankung. Hierzu werden alle Befunde, die zu der jeweiligen Erkrankung bisher erhoben wurden, schriftliche Befunde, Bilder, nochmal von einem Expertengremium, am besten im Rahmen einer Tumorkonferenz, bewertet und es wird für den Patienten eine individuelle Entscheidung getroffen, was der bestmögliche Weg ist, die Erkrankung zu behandeln.